Dies ist ein Video über Campus TV. Viele fragen sich vielleicht, was ist Campus TV? Wir sind eine Initiative für Studierende, die praktische Erfahrungen in der Videoproduktion sammeln wollen. Das ist Max. Er ist Chefredakteur. Ich bin Max und ich bin Chefredakteur. Genauso wie William. Dazu kommt noch ein wundgemischtes Team aus Studierenden. Wir produzieren alles von Aftermovies über Interviews, Kulturbeiträge und vieles mehr. Bei uns kann man sowohl Kamera, Moderation, sowie Ton und Schnitt planen. Wir haben einmal in der Woche ein Teamtreffen, bei dem wir Beiträge besprechen und planen. Außerdem treffen wir uns gelegentlich zu teamgeistfördernden Aktivitäten. Wenn du Lust hast, bei uns mitzumachen, dann komm doch einfach zur Sitzung im Zapfgebäude, nur 5 Minuten vom Campus entfernt. Du hast Fragen oder willst einen Beitrag über deine Veranstaltung, Initiative oder Idee sehen? Dann schreib uns an. Campus TV Bayreuth at gmx.de Oder bei Facebook oder Instagram. Campus TV Bayreuth at gmx.de